Ich habe im letzten Vlog hier gezeigt, dass meine Kamera auf einmal kaputt war und ich bin die ganze Zeit gefragt, wie ist das passiert? Nachdem ich dann folgende Aufnahmen gesehen habe, war es mir relativ graf. Ich muss jetzt mit dem Handy weiter filmen, weil meine Kamera ist irgendwie kaputt gegangen beim Feiern. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Es ist eine sehr lange Geschichte. Und der Kölner, du. Digger, die hat das Video komplett ins Video reingetan. Ist die dumm, Digger. Das kannst du doch nicht veröffentlichen. Das kannst du nicht, ich schwöre, dieser Clip kannst du nicht veröffentlichen, Jett. Oh nein, meine Kölner. Oh nein. Deswegen habe ich jetzt ein neues. Ich war nicht drunk. Es war Rivella Roth wieder mal, Jett.